das geht glaube ich also hier rechts vor uns außen haus ist einer anstatt die waffe zu benutzen manu ich habe eine knarre hast du auch nein geh ruhig geh ruhig ich komme hinterher manu möchtet ihr sagen geh sterben ja hab eine er ist bei mir ja ich habe auf börse eingestellt ich hasse sorry waren noch im haus hier dann ja ich höre jetzt raus kommt jetzt zwei leute ich dachte es war ich habe nicht ich habe nur die waffe ja dann kommt zu mir ich habe noch mehr was verlegt draußen läuft er geht außenrum ja ich hab ihn wie auch immer ich das geschafft habe ja das ist auch direkt umgefallen ja das war der dritte von denen sehr gut warum geht er auf den lust der der keine hp hat ja kann ich lasse mir bitte was drin ich kann doch geholt werden ich bin im haus manu ich bin nicht tot bitte bitte lass mich nicht so sterben oh gott oh gott warum mich warum immer mich ja auf dem haus mit garagen leo du weißt das oder ja brauchst du bandagen ja ich hab nur noch drei fünf stück danke so ich zieh mich erstmal in meine gemächer zurück könnt ihr bitte bisschen leiser sein absolut wo er ist unter gesprungen herr er ist unter gesprungen Warte, 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 warte Er springt gleich hinten wieder runter Da ist noch ein Team, falls ihr das nicht seid Ja Manu, wenn du noch kurz warten kannst, ich versuche mich voll zu pumpen Nein, kann ich nicht Ja, das ist das gegnerliche Team Oben auf dem Dach spielt er noch rum Ja, der lebt da immer noch Fuck Ich eh, Daniel Alter, ey Ey, das waren jetzt echt alle Teams, die da auf einem hoffen waren Äh, geh rein, geh rein Da ist keiner Der lootet gerade unten Ja Ich denke, der lootet auch unten Ah Nice Sehr gut Die anderen sind auch tot jetzt Also ich habe jetzt vier Kills bekommen Also heißt das Gott ist tot Sehr gut gemacht Aber es klang, als hätte ich Ich höre doch was Ah ne, das ist die Bombenzone I'm so sorry Hi Was hast du alles richtig gemacht? Er hätte mich schon holen können, aber hat er gut gemacht So schnell konnte ich nicht sein Christian schreibt im Chat Ach Manu, so viel Weisheiten Wie du aus deinem Leben erzählst Weiß schon jeder, dass du alt bist Wow Und nochmal das Messer nachgestochen Ja Ich habe, ich habe nichts Ich habe keine Weste Ich habe keinen Helm Ich habe gar nichts Hat er eine 1er Weste und einen 1er Helm Ich lege unten Ey, gerade wo du mich hast sterben lassen Das sind so viele Leichen Ich wundere, wenn du da jetzt nicht irgendwelche Helm und sowas findest Habe ich da? Naja, das ist eine kaputte Weste Hauptsache ich habe alle aus der Hüfte erschossen HTS Das ist Manus Leiche, oder? Die ganz rechts im Zimmer Auf der du gerade sitzt, glaube ich, ist das Leiche Oder? Die Weste hat ja noch mehr gelitten als die andere, oder? Ne, hat sie nicht Ja, genau Die Kiste, wo er gerade hingeguckt hat Das bist du Aber Helm haben hier alle nicht Guuut Echt? Das sah so aus, als wären alle dann mit zwei Helmen rumgerannt Ohhhh Josi hat Hundewelfen gesehen Für Sims 4 gibt's bald ein Hunde-Add-on Verdammt, ich mach mal recht Können wir das erzählen So, ich guck mal Ein Hunde-Add-on? Erstelle Hunde und Katzen, werde Tierarzt in einer leitenden Klinik Ohhhh Ohhhh Aber was hast du das jetzt ausbringen, weil... Na, Haustiere gab's schon vorher, aber das Add-on ist halt jetzt detailliert vor dem Herrn Du kannst jetzt alles machen, du kannst so richtige Beziehungen zu deinen einzelnen Tieren haben Wow, das wär jetzt ein bisschen creepy, ja Wie ihr alle das gleiche gedacht habt, schämt euch Ne, sie hat's ja auch so gesagt Kann endlich intim werden mit den Tieren Das hast du gesagt Das habt ihr alle gedacht Ach du hast das gemacht Okay Ohhhh, aber das musste ich kaufen, weil Sims 4 habe ich ja im Original Uhhh Scheiße Hast du das nicht alle deine Spiele? Äh, doch, doch Die meisten schon Die anderen sind von unseren Freunden aber... Ohhhhh Oh, und Daily muss ich melden Kann ich keine richtige Persönlichkeit geben Das ist so absurd, dann baue ich mir Isolde nach, die ich in echt bekuscheln könnte, damit ich sie digital süß finden kann. Ja, entstand sie in echt süß zu finden. Oh, ich muss gucken, was das kostet. 30 Euro wahrscheinlich. Das ist bestimmt wieder total billig, wie immer. Äh, genauso billig wie das Originalspiel. Ja. Wow, heilige Kacke! NOOOOO! Da steht auf einmal einer am Fenster! Oh! Ich hatte ne Chance. Ich hatte ne Chance. Es kommen mit einem Schlag die Bäume und jetzt muss es theoretisch wissen, wobei sie ja immer noch weiß löcheln. Wir sind auch alone, ne? Japp. Ich seh auch niemanden beim Gefängnis abspringen. Nope. Also, ich hab ein paar Milter falsch gemacht. Aber die Runde ist voll. Ich dachte es gerade, dass alle irgendwie rausgefogen sind. Ja, alles lieber. Alles ist connect, ne? Dass wir nur noch zu dritt gegen... Ja. ...wei Leute spielen. Oh, da ist schon der erste gestorben. Und der nächste. So, bleibt mir weg. Ich hab die beste Waffe gefunden. Bist du unten, Leo? Ich bin unten. Also, definiere unten. Im untersten Teil des Bunkers. Äh... Ja, nein. Vielleicht? Ja, nein. Das klang eher nach nein. Keine Ahnung. Das sieht ja aber nach ja aus. Ich hab den Südwesteingang genommen. Bis... Krieg ich nicht zusammen. Ich weiß wie der Bunker aussieht. Also ich muss ne Treppenhoch machen, also bin ich am tiefsten Punkt, ja. Ich kann nicht sprinten. Äh... Hast du dir da die Pillen genommen? Ja, klar. Ich hab mir auch den Mettkasten genommen, den du vergessen hast. Echt? Hast du es gerade nicht gesehen? Ne. Ich hab ja auch das Achtfach genommen, was du vergessen hast. Brauchst du ne M16? Ja. Für das Achtfach. Muss schon. Für das Achtfach. Ja, den musst du richtig tauschen. Alter. Du hast vorsehen zwei in meiner Gear aufgesammelt. Jetzt noch ne M16. Äh, also M416. Nimmst du denn die komplette Munition auf? Na, erstmal haben. Ja. Wie viel hast du denn? Wie viel Schuss? Das hat jetzt aber extrem viel Zeit gekostet, wenn die Gegner sind. Was hast du denn mal liegen lassen? Ja, der kommt gerade aus dem Südwesteingang. Die soll ich gleich erloben. Ich. Manu lässt die ganzen Attachments liegen. Manu, steck dir Attachments rein. Ja, weil ich Munition brauche. Ich geb dir gleich was ab. Sammle erstmal den anderen Kram. Ja, aber wenn jetzt was kommt, bin ich unbewaffnet. Dein Geheule. Nee, das ist taktisch unklug, Munition zu nehmen. Danke dir. Dein Geweine, ne? Wenn ein Gegner direkt neben dir ist, ist es so taktisch unklug. A-K-a-de-mi-mi-mi-mii. Ich weiß, dass ich recht habe, er fühlt sich ein bisschen schuldig bestimmt. Am Arsch fühl ich mich schuldig. Nee, ich habe Daniel noch nie schuld, einige quotienten sind. So, ich lauf zum Prison. Wer kommt mit? Ich bin schon fast da. Ich bin schon fast da. Glutier hat schon alles reserviert. Schon Land abgesteckt, Handtücher ausgelegt. Oh Gott, fliegt das Flugzeug jetzt da noch drüber? Umso ein doppelter Loot. Ja, gibt es einen Blick genau über mich. Ich warte mal kurz. Vielleicht wäre ich auch wieder kurz. Das wäre zu schön gewesen. Wenn ich von der Kiste an den Augen wäre. Ne, wenn er erstmal die Kiste hier rausgeschmissen hätte. Das andere wäre auch nicht so ohne gewesen. Hätte schon fast angehalten, weil da so direkt eine Möbel drunter geflogen ist. Ich dachte schon, er hat gedroppt. Leider nein, leider gar nicht. Fuck. Prison sind welche. Ist ja gut. Dann töten wir die und nehmen die anderen Loot. Ey, ich habe eine fucking Armbrust. Eine One-Click-Armbrust. Ich vertraue einfach auf den Skill, Leo. Vorne, gleich hier von uns aus gesehen, die erste Lagerhalle war einer gerade. Ich habe ihn laufen sehen. Innen oder außen? Außen, aber ich glaube, er ist nach innen gelaufen. Ich bewege mich mal in der Hütte-Position. Das hier vermute ich. Sie zeigen sich nicht. Haben sie sich etwa schon gesehen? Unwahrscheinlich. Auch nicht, aber... Die sind oben gelandet. Da hinten, hinten, hinter der rechten Halle. Hinter der Halle, rechts. Hinter der Halle. Geht wahrscheinlich rein. Von vorne gleich raus. Dann schieße ich. Oh, der Saun hat fast alles abgefangen. Ist in der vorderen Halle jetzt. Äh, hinteren Halle noch. Also rechts. Leiderhelm und ein AR. War der alleine? Auf dem Dach. Großes Haus auf dem Dach. Was? Der in der Halle ist down. Das ist auch down, down. Ach, du bist schon vorgegangen. Ja. Also ich sehe auf unserer Seite keine Bewegung im Haus. Aua. Denkmal ist das reinste Fenster. Ja, pass auf. Äh, rotes Haus. Vorne. Ist einer hingelaufen. Aber das ist rechts auf der Ecke. Ja, aber in den Fenstern ist auch einer. Deswegen... Können wir gerade nicht so gut gucken. Ja. An dem Lagerhaus unten. Lagerhaus? Rechtes Lagerhaus. Letztes Lagerhaus in der Reihe. Bei Helmen. Ja, der ist noch der erste Mittelgang. Der kommt jetzt zu dir. Pass auf. Von vorne oder von hinten? Also von... Also jetzt, wenn ich da mal... Ist down. Sehr gut. Na, dass noch der jetzt daneben weg ist. Ja. Ich habe extra auf die Knie geschossen, damit die Weste und so hell bleibt. Dann hast du aber sehr viel Selbstvertrauen, nichts zu bekommen. Nee, nee, nachdem er genockt war. Seht ihr ihn? Nee. Ich bewege mich jetzt langsam runter. Ja, wir werden ja ein bisschen was von ihm gut nachher bekommen. Alter, ich gehe doch nicht mitten auf die Straße. Und lasse mich von ihm umwämmen. Mal sehen, ich sehe ihn. Haupteingang, Haupthalle unten. Drinnen ist er. Er stand gerade vorne, da wo die Granate explodiert ist. Hat mich aus dem Fenster abgeknallt. Welchen? Ich laufe rechts rum. Das ist welchen Fenster. Da ist er! Fuck, jetzt noch einer! Wie kann denn das sein? Der ist hier in der Halle. Wo? Warum? Ey, das kommt nicht. Noch ein Team. Ja, wollte ich gerade sagen. Auf dem Hügel. Und der eine ist in der Halle halt, in der Mitte. Leo mit der Armbrust, ey. Nimm die Shotgun, der ist wahrscheinlich jetzt schon da dran, oder? Ja, links neben dir. Rechts von den Hallen, Manu, ist er, glaube ich. Einer. Einer ist aber noch rum auf dem Hügel. Das ist ein Problem. Ist er nicht runtergekommen? Na, einer war noch rum. Ich habe da noch ein Vorzug gesehen. Ja, der kommt jetzt runter, Manu. Ja. Links von dir kommt er gleich. Da. Der Drecks. Alter, wie viel das sind. Das sind drei Mann bei Manu. Ach, shit. Versuch sie zu holen. Ey, was? Wie kann denn das sein? Wo kommen die denn her? Springen wir vom Ding ins runter und dann... Drei Schuss, drei Kills. Ey, wenn ich überhaupt die Kille bekomme, ne? Naja, er wird erst mal ausgenockt sein, ne? Also einer hat mehrfach Shotgun. Einer hat irgendwas im 16 oder sowas gehabt? Ne. Wir haben den Typen hier in dem Gefängnis nie getötet, ne? Ne, ich habe keine Ahnung, wohin er ist. Wahrscheinlich ein Freude ist es gerade. Ne, ich glaube auch. Du willst das Fatou mit der Armbrust versuchen, ne? Ja. Wat? Ihr habt das doch auch gerade gesehen, oder? Ja, aber ich glaube, der ging rechts daneben. Wie du einfach auf der freien Fläche wild umherläufst. Du musst ein bisschen laufen, ne? Die Zone kommt jetzt in deinen Rücken. Alles klar, ich sehe es. Ne, ich rufelte den, tötete den hier drinnen. Ey, ich glaube, das war der Typ gerade an den Leichen. Das kann doch aber nicht sein, dann wäre das ja ein Sechster-Team. Da! Einer kommt jetzt zu dir. Einer kommt hinter dir. Ich habe meinen Schuss voll verzogen. Ja, hab ich mal gesehen, du hast mit der gesamten Hand gedrückt, oder? Ja. Ich meine das total ernst. Es ist einfach keiner mitgeflogen. Nicht einer. What the fuck? Sind wir allein auf dem Server? Nö. Also, wäre doch gut. Mit allem Nordosten. Also, ich nehme gleich hier vorne den ersten Zipfel. Hihi, Zipfel. Lass ich dir mal das erste Haus. Nett von dir. Ich wollte gerade sagen, ich nehme das, wo Manuel gerade reinläuft. Manuel würde sich höchstens... Hier ist ein Dreierhelm dran. Dann hättest du den nur bekommen, aber ist okay. Dann habe ich jetzt den Dreierhelm. Ich bin so froh. Es ist einfach nur gerecht. Ja. Genau so sollte das sein. Ah, Karma schlägt immer wieder zu. Oh, und eine AK. In diesem Haus war vor allem gar nichts. Das ist ein Kompensator. Eigentlich brauche ich dir ohne gar nichts mehr, außer vielleicht noch einen Rucksack. Das aus deinem Mund klingt wie blanker Hohn. Ja, aber neben den Luten sage ich ja auch immer, geht da gleich reinrennen, wenn die Gegner da sind. Deswegen kann ich ja nicht immer nur Luten. Außerdem habe ich dich nicht mal gefragt, ob ich die M24 bekomme, als du die hattest. Gibt es jetzt hier noch irgendein Haus, was ich haben kann? Kann eine ganze Stadt für uns. Du wirst schon mal finden, oder? Ja, das ist genau vor mir. Da kann ich nie wissen. Na, wir laufen ein Stückchen einfach an mir vorbei. Ja, ich probiere dich jetzt zu überholen, aber du hast so einen Lootsauger. Das heißt, du gehst in deinem Raum, hast alles und bist schon am nächsten Haus. Ja, du nicht mal vorbeilaufen kannst. Ja. Manu wartet einfach nur darauf, dass es einen Hack gibt, der einen klont. Und dann rennt Manu hier 20 Mal rum. Klaut den Leuten das Loot. Bringe deinen Rucksack. Oder eine Weste. Eine Dreierweste wäre jetzt natürlich auch mal was. Jule ist gerade am Start, kann aber nicht zugucken, weil das Internet so schlecht ist. Auf dem Dorfse. Dorf? Handy-Verbindung holt es. Gibt doch sogar Twitch fürs Handy. Jule, geh mal auf YouTube, da kannst du dir die Auflösung unterscheiden. Da kannst du dann vielleicht entspannt dazu gucken. Wenn Dani streamt denn... Mann, wie hier einfach in sechs Häusern kein verfickter Rucksack liegt. Du hast bisher nur einen Rucksack gesehen. Ich hatte bei mir einen Einser-Rucksack. Hier ist ein Einser-Rucksack zumindest. Das ist ja besser als nichts. Hast du markiert? Ich habe bei mir auch noch einen Zweier-Rucksack. Warte, ich markier den mal. Ja, dann vielleicht bei Dani. Bei mir ist auch einer. Ja, also einser. Dani hatte mal einen Zweier-Rucksack, ne? Einen Zweier-Rucksack, ja. Genau. Du hast blau markiert, ja? Oh, scheiße. Ich habe meinen Dreier... Da habe ich fast meinen Dreier-Helm für Zweier-Helme eingetauscht. Bei mir sind noch zwei Zweier-Helme. Bei der Markierung, bei gelb. Ist es das rote Haus hier? Ja. Oder? Wenn der Herr-Helme will bei mir, ja? Oh, ein Rucksack. Aber das ist ein Stufe-1-Rucksack, Dani. Hast du mich angeschwindelt? Nein, oben liegt der Zweier. Aha. Hat er jetzt nur was purer Angst gesagt, um Zeit zu kaufen. Ja. Und wegzurennen. Weit genug weg. Du bist in der Zone. Willst du mich verarschen? Hier ist doch kein Zweier-Rucksack oben. Oben ist nur eine Terrasse. Sag ich ja. Daniel? In dem einen Raum liegt ein Zweier-Rucksack. Aber oben gibt es keinen Raum. Du bist im falschen Haus. Du bist im falschen Haus. Man kann die Minimap auch reinzoomen. Nein. Wirklich? Nicht die Minimap, sondern die normale MIP. Sorry. Mein Fehler. Aber ich habe gleich wieder getriggert. Ja. Hier ist noch ein Einser-Rucksack und noch ein Zweier-Helm. Ich habe übrigens noch keine Waffe mehr. Also wenn ihr irgendwas langes seht, schreibt mir an. Also bei mir wäre noch eine... Hier ist ein Zweier-Helm, äh, Zweier-Dingsbums. Ihr wisst schon. Rucksack. Oh, der Wester hat Daniel mir auch übrig gelassen. Er ist so großzügig. Ja, so bin ich ja. Ich kann euch ja auch so sein wie Daniel. Zweier-Rucksack. Frosche Basel, Zweier-Rucksack. Günstig. Nein. Nö, nö. Ich habe... Ich habe auch ein Zweier-Rucksack. Zweier-Rucksack mit Nisch drinne. Ey, ich habe noch nie erlebt, dass in der Stadt so wenig Kram ist, ne? Boah, Dreier-Helm, Dreier-Wester, einen Ort. Ach, fick dich einfach. Ich mag diese Misskunst nicht, die in diesem Team entsteht. Freut euch doch, dass wir wenigstens überhaupt noch was finden. Ja. Ja, sagen nur die Leute, die schon wieder vollgestopft sind, bis zum Hals. Das sagen nur Leute, die zu langsam beim Bluten sind. Eben. Das sage ich ja immer. Mir ist nur neidisch, dass er nicht so schnell blutet. Das ist richtig. Da ist doch gerade jemand in mein Haus reingerannt. Ich könnte schon wieder ausrasten. Ja, aber du hast doch die Munition aufgekloppt. Hier oben ist nämlich nichts, bis auf ne Armbrust. Noch ein Zweier-Helm? Ich will langsam auf die Zweier-Helme anzusagen, oder? Ja, ich brauche auch ein Zweier-Helm, aber... Ich auch, ich bin zu faul. Ja, aber ich war ja immer auf Missionen, mir was anderes zu besorgen. Aber du kannst dir unterbrechen und kurz einen Boxenstopp einlegen. Na, markier mir mal was. Jetzt bin ich schon lange weg. Mibibi! Ja, in dem Haus. Gelb, okay, ich bin da. Und dann rechts hat es zurückgelaufen. Och, oh, ein Rotpunkt geht. Dafür, dass es ne Stadt ist, die wir komplett für uns alleine haben, ist hier echt wenig. Ohne Scheiß. Jetzt hat die Stadt gewusst und hat den Loot ganz schnell verschwinden lassen. Ja. Ja, alle Räume leer sind. Ach, schön. Oh, ich hab'n Vierfass-Uber. Yeah. Jetzt noch ne Umf bei mir. Oh, was ist es? Ups, Salah. Noch ein Dreier-Gegenstand, ja? Äh, Fallschaden. Ach so. Oh, muss ich hinzu? Ja. Ich will es aber langsam Enghäuser zu finden, die ungelootet sind. Es ist einfach mal... Oh, ein Vierer-Visier und ein Zweier-Visier. Nach der magischen Suche, nach dem, was Manuel übrig gelassen hat. Irgendwann gibt man sich mit den Resten zufrieden. Ja. Oh, ich habe schon eine Sonnenrolle. Da ist der ominöse Zweier-Helm. Ich glaube, wir sind zu großen Teilen jetzt durch. War ja jetzt wirklich nicht so erträglich. Sag ich doch. Das ist noch dezent untertrieben. Das sind so viele Zweier-Helme. Oh, es klingelt. Ich glaube, ich muss gleich weg. Das ist ein Player. Ja? Ja. Wenn der da oben war, ich schau, da brauchst du nicht mehr hin. Ich laufe zum Drop. Ich glaube, noch eine VSS. Ich will auch zum Drop laufen. Wo ist der? Ah. Ich wollte es dir nicht sagen, damit er nicht erwischt, aber schade. Nee, du bist da vor mir. Wenn ich ihn treffe. Kannst du dir ein Bier nehmen. Steht auf dem Balkon. Ich hoffe, du magst. Das sind so schönes zu sagen, außer Laugh-M. Ähm, wir müssen Richtung Zone laufen. Jo, und da sind schon welche mit Auto? Ich ja. Drei Mann. Einer genau an der Lootbox. Händen wir uns noch Motorrad? Null Toleranzpolitik, da. Ich schieße einfach. Korad, zwei Hits. Aber... Ich habe, glaube ich, angehalten. Oh, hier liegt eine M. Eine Mini. Ich hätte gerne meine Waffe aus der letzten Runde. Ja, ich bin, glaube ich, da. Einer sitzt auch am Stein da. Rechts daneben, irgendwo vom Drop. Bei mir ist noch ein Dreierheld. Ja, ich bin da. Ah, Jussi. Jussi in Nordwesten. Also gegen den Süßen. Ja, ich sehe mich. In Nattigen. All eyes on you. Hattet mich. Ich dachte, auf die Motorrad ist einer, aber auf nicht drei. Selten der Fall. Deine waren nicht schon am Loot? Ähm, ihr beiden, bleibt ihr bei mir hier? Oder seid ihr... Wir sind selber in den Fall. Oh. Es sind auf jeden Fall zwei Teams am Loot. Er ist jetzt am Loot. Das Loot ist schon längst weg. Aber die campen trotzdem da rum. Ich sehe nur einen perfekten Grashalm, ne? Wollte ich nur mal sagen. Aber war noch zwei, da wunderschön. Einen perfekten Grashalm. Ist der immer noch hinter der Kiste, Marius? Nee, die sind jetzt weiter nach rechts an dem Stein. Achso, drei. Also da, wo unsere Leiche liegen, sind noch drei. Einen hab ich. Komm schon, Maus. Einen hab ich umgelegt. Der andere schießt auf mich. Nee, ich hab da hinten bei Manu umgelegt, die Typen. Am Stein sehe ich nicht, die sind zu weit. Aber er sieht mich, oder was? Wird er mich veräppeln? Genau, der hat mich getroffen. Die schießen auf mich von Manus Position aus. Was hat denn da für ein Visier, Alter? Na, sie hat mich nach Rückenau gedownt. Ewig nicht getroffen. Kannst du in die Halle kommen? Daniel. Ich versuch's. Da ist noch ein Kollege da unten. Natürlich noch Reds. Oh. Zona. Digga. Hm? Wie ist denn dein Twitch-Name? Kunzikro. Null, oder? Ja, erste. Als erstes ist eine Null. Oh, fuck. Fünf Euro, dass ich es nicht schaffe. So? Ja, genau. Oh, fuck. Wirklich? One-Hit. Er hat mich einmal getroffen. Great.